Set, lass genau einer hin, da Der hier nicht Ich auch nicht Ach da, ja, ok Mach nach sich aus, dann siehst du ihn klar Jo, APS Willst du jetzt noch laden hier schnell, oder? Fert schon weg, oder? Nö, nö Oh, da ist noch einer Was ist denn das für einer? Noch ein Truck Boxer, zwei APS, ne ach so, das ist ein ZAMAK ZAMAK Und ein Truck Boxer Weiß ob der uns nicht sieht Ja, der sieht uns aber Willst du ja ja verjagen, oder was? Wir können auf den Reifen schießen, ne? Wollen wir einfach drauf schießen, oder was? Dürfen wir das? Ja, dürfen wir, dürfen wir das Jo Es muss bloß schnell hin und sagen, es ist ein Überfall Das ist ein Überfall, stehen bleiben Oder wir schießen, oder wir schießen Oder wir schießen, oder wir schießen Hände hoch, Hände hoch Was hat er gemacht, Biffi? Ich weiß es nicht, ich glaube, der wollte gerade Hände hoch machen Aber ich glaube, der hat auch eine Waffe, deswegen Wo ist denn seine Leiche? Nimm auf, falls irgendwas irgendwie Spaß ist Ja, mach ich gleich Ich hab eh die letzten zwei Minuten von da Ja, Biffi knackt Ja, der hebt mal seine Koffer auf Ich kann es rausnehmen, ich kann es rausnehmen Ich kann es rausnehmen 65 fucking Diamanten sind da drin Okay Ja, dann Ja, dann Mach, mach, mach Dann noch welche auch Ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei Nice, Alter Ich habe keine Karten gemacht Ich hab nochmal 37 Mein Inventar ist voll Hier liegen noch zwei Koffer Was ist das denn? Vielen Dank.